Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder Mörder und ich habe einen Special Gast dabei, Cubestar. Und wir spielen jetzt den Mörder und zwar den Assassins Modus und dann sehen wir uns gleich in der ersten Runde wieder. Und der Assassins Modus geht so, wir kriegen jetzt gleich eine Karte in der Hand und die Person müssen wir umbringen. Also es ist quasi jeder Mörder, was es nochmal interessanter macht. Und weil mein Herz gerade so pocht, ich weiß nicht, ob man es in der Aufnahme hört, ich hoffe mal schon. Das bedeutet, dass mein Mörder in der Nähe ist, beziehungsweise hinter mir. Na, jetzt habe ich den Falschen getötet. Ja, jetzt hat sie mich getötet. Super. Ähm, ja. Lebst du noch? Ja, ich habe gerade schon meinen ersten Assassin gekillt. Ja, ich gehe mal zu dir. Ähm, es hat auch jeder einen anderen Skin, weil das dann leichter für das Spiel ist. Das ist jetzt der Cubestar, hat ja, Cubestar hat ja nochmal diesen anderen Skin. Ich blende mal kurz ein Bild ein. Und das ist ja jetzt gerade im Assassin Modus und man hat jede Runde eigentlich einen anderen Skin. Echt? Äh, 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 ganz rot. Ganz rot, okay, ich muss weg. Ähm, grüner Frosch oder irgendwas. Oh, ich bin down. Oh, ich habe verloren, wer hätte es gedacht. So, nächste Runde. Oh, guck mal, ich bin ein Gentleman mit weißem Pulli und ich renne hier durch die Welt. Wie heißt denn du? Weiß ich nicht. Bruce bin ich. Der Bruce. Ich bin der Josh. Oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein! Warst du das? Ich war das in Rot mit Kopfhörern. Achso, nee, dann habe ich nicht dich getötet. Und das Problem ist halt auch, weil meistens mehrere Leute auf eine Person losgehen. Deshalb weißt du, musst du öfters mal nachschauen, weil deine Person vielleicht schon tot ist und eine neue bekommen hast. Ich finde meine Gott nicht. Ist aber noch die, die ist oben wahrscheinlich. Wo bist du, Frau Frosch? Froschmaul. Ich sehe Froschmaul. Das ist oben drauf. Warst du ganz oben? Äh, ja. Warte mal, wo waren hier die Leute? Nee, jetzt ist sie glaube ich schon tot. Was? Nee, die lebt noch. Äh, schon immer da. Doch, 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 sie ist noch oben drauf. Ist doch noch oben. Ja, ja. Oh, nein. Nein. Oh, rat mal, wer ich bin. Exzessien. Ja. Heftiger Typ. Oh, Rotkopfhörer. Ach nee, ich muss wieder den Typen killen. Ich mag den nicht. Nein, das war der Falsche. Aber der sieht doch fast genauso aus. Da, das war er. Oh nein, Herzschlag. Ich hab einen Herzschlag. Oh mein Gott. Oh nee, ich hab einen Herzschlag. Ich muss schon wieder die Grüne. Ich muss schon wieder Froschmaul töten. Fuck. Oh mein Gott. Nein. Alter, das Spielmodus hinkt mir überhaupt nicht. Ich bin tot. Schreibt mal in die Kommentare rein, wenn ihr mehr Mörderassession sehen wollt. Wer bist du? Ich bin eine Frau. Elie. Und zwar Alex. Und ich muss... Bleib stehen. Nein. Ah, sie war schneller als ich. Sie war einfach schneller als ich. Die Elie. Ich finde den Assess ja nicht. Das sind alle Assess. Ah, jetzt fall ich bestimmt noch runter. Ach ja, das ist ja mit der Falltür. Hä, wo ist der? Ich bin nicht nötig. Ich muss einen Aaron töten. Da ist er. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Ach da. Ich hab ihn gekillt. Jetzt muss ich den Froschkopf killen. Wer ist ein Froschkopf? Froschkopf sehe ich. Froschkopf ist... Ach da. Nein. So, das war's auch schon wieder. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung freuen. Schaut mal bei Cubestar vorbei, die netterweise bei dem Video mal wieder dabei war. Das ist der erste Link unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, könnt ihr jetzt gerne rein abonnieren. Und wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.